Das Spiel macht uns das Spiel vor und nachher kommt der Verrat von ihm. Also nachdem das Spiel uns jetzt schon mit Sam so verarscht hat. Trauen die dem Spiel jetzt alle zu. Oder ist das Spiel? Okay. Von hinten oder eine? Das ist nicht so gut. Achso. Das ist natürlich... Aber das darf mir nicht wahr sein. Ich bin okay. Ich bin einfach... Ich bin stuck. Äh, was wie... Ich kann auch nicht hinahmen. Was nüsst, na? Knie. Knie, Mann. So. Und jetzt klemmt der Hammer fest. Der Hammerklemm fest. Ah, los, okay. So, okay. Knappe Kiste. Fast untergefallen. Und der Hammer ist weg. Das ist nicht gut. Wir haben keine Waffe mehr. Ah, los, klemmt zu, klemmt zu. Klemmt zu, klemmt zu, klemmt. Sehr gut. So, und jetzt nur noch schubsen. Ich sag schubsen. Oh, besser. Nee, Machete meinig. Oh, wie quick. Oh, wie dead. Oh. Once again. Ah, gib mir meine Maräte wieder los. Das ist einmal in der Hälfte durch. Ei, ei, ei. Hier, gib sie dir. Hier, los. Nimm das Rohr. Huuu. 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 Das war knapp. Das war knapp. Ja, man denkt halt immer so, das ist doch ein netter Comic-Gluck, aber das ist doch relativ explizit. Puh, so ein Stress wieder. Absolut. Ja, die sollen erst alle lieb haben, damit es noch unsere Traurier wird, wenn sie sterben. So ist es. Genau, darauf zählt es ab. Emotionale Bindung. Den Flaster abruppen. Okay. Der Typ hat nie wer. Ist er von Carver? Und du redest. Und du redest. Ich weiß nicht. Ich will nicht in eine Runde. Du glaubst, dass er ein kleines Mädchen hat? Aber nicht nöhnliche Bewegung. Und nicht ihn aus. Ist er mit Carver? Es ist schwer zu sehen. Ich glaube nicht. Na dann. Ja Brudertag, lass uns jetzt über die Brücke. Hä? Du siehst nicht wie Arschlöcher. Bist du Arschlöcher? Keine Offenheit oder irgendwas. Aber du kennst, wie es hier ist. Du gehst in viele Arschlöcher. Du bist nur Leute. Das stimmt. Du gehst in den Norden, wie alle anderen? Alle anderen? Ich sehe, dass zumindest ein Grupp am Tag hier durchgebracht hat. Sie sehen alle das gleiche. Sie sehen alle anderen. Sie sehen alle anderen. Warum weißt du, wo wir gehen? Es ist mein Geschäft, weil ich hier leben. Du leben hier? Ja. Du bist in meinem Hintergrund. Ich muss sagen, Sie zwei sehen wie Scheiße. Wenn du Essen brauchst, habe ich ein bisschen Kahn-Stuff in der Station. Na, das ist sehr schön. Was ist das? Ja, was passiert? Ich habe viel. Okay, dann. Danke. Hey, kein Problem. Schön, dass ich hier mit freundlichen Gesichter bin. Wie gesagt habe ich, ich habe Essen und Herzen in der Station. Und wenn du... ...wann... Was? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nick, wieso? Wo? Nein! Put it down! Nick! Nein! Oh! Wauw, 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 ... ... Mwauw, wauw, 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 wauw... ... Ist jemand verletzt, erst mal? Ist jemand verletzt, erst mal? Ich bin gut. Verdammt, Nick, ich habe dir gesagt, nicht zu schießen. Wie soll ich dich hören? Du hast mir einen klaren Schuss. Das Schuss fuhr für miles. Wir müssen uns aus diesem Bruch, los geht's. Also wir wissen auch nicht wirklich, also wenn jemand zum anderen ankommt und sagt, hey, kommt mal mit in die Hütte da hinten, ich hab Essen und Vorräte für euch. Sollte man generell erst mal sehr suspekt und sehr, sehr, sehr kritisch an diese Situation ran gehen. Wir wissen also nicht, ob er wirklich ein Freund war. Das ist ein Fremder. Er war überraschend. Leider. Brucht euch alle. Brucht euch! Ich mach mal die Schweiz. Mann, ist denn das wichtig jetzt? Ja, aber ich hab's nicht. Schau, ich weiß, Pete war zu dir, Nick, aber du kannst nicht... Geh mal über ihn. Du denkst, er war mit Carver? Ich weiß nicht. Ich... Nein, ich glaube nicht. Aber er schloss. Er schloss auf den verdammten Bruch. Wir müssen weitergehen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Also er kann ja auch nur an der Seite verletzt worden sein. Man hat nur gesehen, er ist am Hals getroffen worden. Ich kann natürlich noch wie so bummerang zurückkommen. Ach, Mann. Hey, Clem. Hast du nichts, was zu essen? Bex, du sterben hier. Alvin, ich hab dir gesagt, ich bin gut. Sorry. Ich bin raus. Ich wünsche, wir hätten noch diese Juicestboxen gehabt. Ja, mir auch. Das wäre natürlich echt hart, wenn jetzt in der Hütte echt Vorräte wären und sonst niemand. Keine Falle. Das wäre natürlich, das wäre blöd. Er hat vielleicht gelogen. Ja, er hat vielleicht gelogen. Wir wissen es nicht. Ja, ist richtig. Aber... So, okay. Ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal der Schwangene das Wasser heben. Hey, Becca, bist du okay? Ich bin okay. Ich brauche nur ein bisschen Rest. Und ein bisschen Essen. Alvin. Kann ich dir denn nicht das Wasser heben? Scheint nicht so. Na gut, okay. Reden wir erstmal mit Nick Nick. Vielen Dank, dass du mich da zurückgezogen hast. Ich bin sicher, dass sie darüber sprechen. Ich bin sicher, ich bin sicher. Look, er ist ein Gefahr für die Gruppe. So, wer war das Mann? Ich versuche. Es sah wie er sich mit euch zusammengezogen hat. Ich versuche, er war mit Carver. Er war nur ein Mann. Ja. Wenn Alvin ist in fronte von mir, er nimmt das Schuss. Was ein Schein. Vielleicht ich es nicht mehr verletzt. Ich weiß noch nicht mehr. Gott, ich bin Hunger. Was ist es, wenn es das ist? Ah, jetzt hätten wir eben, vielleicht hätten wir ihm jetzt auch die Uhr wiederheben können. Vielleicht. Okay, gut. Na dann, lass uns mal ein bisschen umsehen. Vielleicht finden wir uns zu essen. Irgendwie hoffe ich auch nicht, weil das wäre halt echt ein Scheiß-Muff gewesen, wenn es halt wirklich so ein Nice-Guy gewesen wäre auf der Brücke und wir den... Oh, fuck. Ach, so ein Shit. Okay, erstmal, erstmal ein Messer. Wir nehmen erstmal ein Messer. Und Vorräte, fuck. So, das heißt, das Ding ist graviert. Irgendjemand könnte das wiedererkennen, jemand treffen. Das ist ja auch. Ach, Mann. So, wir nehmen erstmal Vorräte. Ist das hier noch gut? Wir machen auf jeden Fall die Truhe gleich auf. Vor allem würde ich mich gerne nochmal ganz kurz umsehen. Das wollen wir auch nicht, kann ich hier nochmal machen. So, was haben wir hier noch? Es ist tot. Ich glaube, er hat hier geglaubt. Na gut, dann versuchen wir mal die Truhe aufzumachen. In der Hoffnung, hier gehen ja mal sehr viele Sachen sehr schnell kaputt. Ich hoffe, die Machete hält das aus. Oder ein Messer. Scheint so. Oh, guck mal, Gandalf. Und wir haben ein bisschen Essen gefunden. Das ist schon mal schön. Wir müssen echt die Wohnung noch ein bisschen gratteilen. Wir müssen nicht drüber reden. Eine Frau kommt da. Was ist passiert? Eine Frau in unserem Gruppe. Ihr Vater stirbt und dann hat sie einfach diese andere Frau geschossen. Verdammt. Was hast du getan? Wir haben sie hinterlassen. Verdammt. Pieches. Schön für sich hier. Aus der Nutze. Boah. Was soll denn das heißen? Nur weil da eine asiatische Mädel drauf ist? Hey, Gandalf, es gibt hier nicht viel Essen. Und Rebecca, sie ist auch für zwei. Du denkst, wir können das nur zwischen uns? Ich liebe es, das sagen. Du weißt, aber... Und ich würde nie gegen die Gruppe gehen. Aber ich habe gedacht, dass Rebecca und das Baby erst einmal verbringt. Rebecca kann es haben. Ich will nichts sagen. Danke, Clementine. Es ist ein Schade. Nick war ein guter Mann. Er ist immer ein guter Mann. Er ist nur ein guter Mann. Er hat es nur verloren. Gott weiß, wir sind nicht perfekt. Ja, ich bin glücklich, dass du mit dir ist gekommen bist. Wo sich halt jeder selbst der Nächste ist. Fress mal die Fressen herrn. Wie? Was war das? Na klar. Na klar. Das ist Mobbing. Wir haben ein Problem hier. Ja, wir sahen. Okay, wir gehen nach oben. Tja, es hätte uns doch natürlich passieren können, dass Nick erschossen wäre. Bohnenbär. Na ja, dann wären wir hier mit dem anderen losgetoben. Sieht erstmal ganz gut aus. Es könnte uns Unterschlupf geben. Äh, woher soll ich ausschauen? Tja, dann wird man das zehnjährige Kind jetzt da hochklettern und während ihr euch das da drin ein bisschen kuschelig macht, oder was? Ne, glaube ich, es hängt. Reicht ja schon, dass Luke gesagt hat, so wie immer vorher du redest. Also, das ist so nehmlich schon. Nein. Hast du eine gute Grip? Ja. Als ich ein Kind war, mussten wir auf Röftopfen runtergekommen. Das war lustig. Das klingt schade. Ja. Ja, es war. Ist das vielleicht nicht nach oben? Find ich hier schon, dass ich so einen Cursor habe? Warum denn? Oh, 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 oh. Du bist okay. Du bist okay. Schau mich an, okay? Du bist okay. Okay, einfach schlau dich. Nur für einen Moment, okay? Schau dich an. Aber du hast mir gerade gestreut. Schau dich an. Ah, schön. Er ist halt so ein Buddy-Typ. Und er kriegt auch nur Buddy-Sprüche von mir. A crow. Na? Schöne Bild. So, dann wollen wir mal. So, was haben wir da? Und? Licht. Taschenlampen. Und die sehen natürlich die getöteten Untoten jetzt da vorne. Oh, nee. Luke ist jetzt schön, dass Luke weggegangen ist. Wenn ich jetzt runterfalle. Who catch my fall? Warum? Hätte ich jetzt irgendwas Cursor an können? Was ist denn jetzt los? Wie konnte denn die Scheiße jetzt so schnell... Wer sind die? Wer ist denn die? Everyone calm down. Hey man, you calm the fuck down. Sarah, get behind me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, man. Fuck that. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Please, just do what he says. No, Kenny. It's Kenny. Er ist am Leben. Kenny. Ach, wie cool. Oh, Captain Sauert. Oh. Oh, schön. I'll take that as a yes. Oh. These people with you? We can talk inside. Great. I just started dinner. Hmm. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Ach, so cool. Schön. Na, man kriegt halt nicht nur Sacktritte, sondern man kriegt vielleicht auch noch die kleine, wohlige, warme Decke um. Bevor sie die wegreißen und rausstöpen. Na, bei 10 Grad Minus. Aber wirklich cool. Cool, Kenny is alive. Nice. Schön. Man dachte ja tatsächlich, dass er tot ist. Also, das hört sich so an. In der ersten Staffel. Man hat es ja nie gesehen. Ach, Weihnachten ist auch noch. Na bitte. Oh, das schöne Lazatronic. Hmm. Wunderbar. Jenny and Sarita have been staying with us for several weeks. Used to be a ski lodge, obviously, so we have plenty of food. And, uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. Cool. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh, nothing, Walt. Walter here's one smart sumbitch. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Will you vouch for these people, Clamp? If you tell me they're good, then I'm... Us. You were the one waving a gun around, man. They're cool. Dad, look! A Christmas tree! What now, Sarah? Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Amina Walzer. Genau. Macht's mal alle Kenny nach. Dann legt man wenigstens die Vire hin. Die Machete muss ich jetzt nicht ablegen, aber die Vire doch wenigstens. Gut. Wenn ihr alle folgt, dann zeige ich euch, wo ihr schlafen könnt. Können wir mal über die Leute, die da auf der anderen Seite der Brücke mit der Taschenlampe rumgefuchtelt haben, reden? Bevor wir alle unsere Waffen komplett irgendwo wegschmeißen am besten? Können wir schon wieder aufregen hier. Läuft doch schon alt wie auf eine Katastrophe hinaus. Aber Kenny ist am Leben. Find ich ja mega. Einer wirklich meiner Favorit Charakters. Irgendwie aus der ersten Season. Ja. Den Speck. Ich habe mir gedacht, Lee zu dir zu sehen. Ihr seid wie zwei Pee in einem Pott. Oh, Scheiße. Ich meine nicht, es ist einfach schwer, nicht zu denken. Ich habe mir gedacht, du kennst, du weißt. Er hat mich schlug. Ich wusste es. Ich wusste es, dass er es wäre. Der Mann hatte ein Feuer in ihm, sicher wie Scheiße. Hell. Er war ein Mann. Wenn mein Sohn... Er hat ihn geholfen. Ich werde das nie vergessen. Ja. Wir mussten tatsächlich... seinen Sohn erschießen, weil er sich halt verwandelt hat, ne? Alles ging schief. Ich war mit Krista und Omid. Omid? Na... Krista und ich waren zusammen für ein paar Jahre. Diese Leute haben uns gefreut. Sie ist weg. Es klingt, wie es dir nicht einfach war. Ich bin sorry, Tarlan. Ich wünsche, ich hätte dich schneller gefunden. Krista hat mir gesagt, dass du tot bist. Ich bin. Das ist alles ein Traum. Entschuldigung. Das ist eine Schöpfung. Er hat mich in eine Schöpfung gemacht. Ich hatte sie eine Hand und dann wurde es schwerer. Für einen Moment da war es nicht so gut für den alten Kenny. Lange, kurz, ich bin froh. Real, froh. Ich habe lange Zeit alleine nach dem. Es... Und dann habe ich die Sarita kennengelernt, danke Gott. Gott, es ist toll, dass Sie zurückkommen sind. Sie sind auch mitgekommen? Clem, das ist meine Frau, Sarita. Sie ist nicht schön? Schön, dass du dich kennengelernt hast, Clementine. Hey, Walt, wo ist Matthew? Er ist noch da, um sich herumzuhren? Natürlich ist er. Na, ich beginne mit dem Essen. Carlos, richtig? Meinst du, wenn ich deine Tochter für eine schreckliche Mission stehe? Bleib in den Sinn, Schwiebel. Schneid die Zwiebeln? Ich könnte eine Hand außerhalb. Wir haben viele Zwiebeln, bevor die Stürmer eröffnet. Klar. Clem, warum nicht du mit dem Essen helfen kannst? Na klar. Siehste, kaum angekommen, musst du gleich ackern. Keine Arbeit. Ich verteufle das. Hey, Clementine. Na, das werden wir schon verkacken. Netze. Aber wir sind alte Freunde. Ach, der gute Lee. Connecting mit Menschen ist so wichtig. Ich weiß nicht, was ich ohne Matthew mache. Gott, du erinnerst mich an meine Studenten. Ich kann es nicht vorstellen, was es so ist, wie es in der Mitte all dieses zu sein ist. Hm, oder ein Lehrer, ja. Sowieso. Ah, es war nicht leicht. Es war nicht leicht. Ich kann es vorstellen. Es ist hart genug als ein Adulter. Ja, tatsächlich, für wen ist es schlimmer, ne? Hm, wie für die Erwachsenen oder für die Kinder, die sich halt... Kinder finden sich ja schneller in neue Situationen als Erwachsene, ne? Irgendwie, also... Sieht toll aus. Sieht toll aus. Sieht toll aus. Es sieht wie Musch. Nein, es sieht nicht. Dicke Bomisch. Alle Drassisten. Alle Drassisten. Zum Running Gag. Ich hoffe, der hat jetzt hier keine Pfirsiche da mit drin gemacht. So, ne? Die Musik werden wir lieber nicht anmachen. Was haben wir denn da? Ketchup-Tütchen? Tja, wollen wir da drin machen? Ich weiß nicht. Also, wird ja jetzt hoffentlich nicht zu laut sein und dass wir jetzt tausend Leute anlocken, oder? Danke, 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 danke. Das klingt, als hätte ich in einer Nierensteine. So, schauen wir mal. Ja, das tatsächlich sieht ein bisschen wie so eine Mensa aus. Der Shishop. Weihnachtsbaum. So, na dann. Feliz Navillat, ihr Lieben. Was ist das Song, die du trommst? Der gute King Wenceslas. Das ist meine Lieblingssong. Das ist verrückt. Warum würden sie uns so weit folgen? Wir können nicht sicher sein. Es ist eine Woche, Mann. Wir müssen aus den Wald gehen. Wir können nicht sicher sein. Sie könnten uns tracken. Tracken? Wer denkst du, sie sind? Ninjas? Die müssen dir wirklich Anliebkiss haben, dass sie über fünf Tage lang verfolgen. Okay, schon. Wie? Sie hat Binnokulare, Genie. Ich sah Licht. Welche Weise gehen sie? Nach in den Wald. Ja, das ist es. Wir können nicht auf die Chance nehmen. Wir bleiben uns auf die Nacht. Aber wir sind hier für heute Abend, richtig? Clementine, ihr sprachst mit dem Mann, Walter, richtig? Was hat er gesagt? Du hast ihn nicht gesagt, was wir uns gesagt haben? Wir müssen uns beachten. Wir haben meistens über Kenny gesprochen. Kenny ist ein lauter Mann mit dem Beard? Ja, das ist er. Schau, ich weiß nicht, was dieser Mann gesagt hat. Wir stehen hier heute Abend. Schau einfach mit dem Rest von ihnen. Sie trusten dich. Schau, was du findest. Wir werden gehen, Luke. Honey, ich fühle mich nicht so gut. Was ist falsch? Ich brauche nur etwas, um zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Ich habe da Wasser. Hast du da eine Glasscheibe in der Hand? Taschentuch? Wo ist denn mein Wasser? Achso, das ist am Rucksack unten, ne? Du bist okay? Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich kann mich selbst selbst nicht beurteilen. Wie soll ich ein Kind haben? Ich meine, wie kann jeder jetzt? Ich denke, es ist möglich. Wie wissen Sie? Nun, ich bin noch hier. Ja. Das einzige geriffene Argument. Ich weiß, es wird schwer sein. Aber gleichzeitig... Ich fühle mich schon ein bisschen weniger schuldig. Weil ich weiß, dass egal, was passiert ist... ... ich werde jemanden neuen treffen. Sie fühlt sich nicht. Das Essen schmeckt gut. Hm. Es ist okay. Kann ich? Sie werden? Sie werden ein Trainer sein. Das ist nicht sie. Ich werde es nicht sein. Sie werden... ... ... Und dann, wenn Alvin findet, dann wird es schwierig dazu kommunizieren. Ich liebe dich, schlusser Bear. Ich liebe dich, wenn du mich so nennen willst. Ich weiß, aber ich meine es. Ich liebe dich auch. Gib dir jetzt mal eine Kiste. Ich will noch mal ganz kurz in die Kiste gucken. Nicht, dass da irgendwas wichtiges drin ist, was wir brauchen. Na, was macht die hier? Der Weihnachtsstern, der muss ja natürlich... Okay, geht nicht mit... Verstehe. Können wir nicht mitnehmen. Also wahrscheinlich stirbt doch irgendjemand, wenn man den gerade anbringt, da in 3 Meter Höhe. Fällt runter, hat ein wenig gebrochen, nur steht mehr. Wurde zurückgelassen, die ganze Gruppe stirbt. So läuft das hier in dem Spiel. Du kennst ihn vorher. Es muss unglaublich sein, ihn wieder zu sehen. Als ich ihn kennengelernt habe... Nun, er ist so anders jetzt. Aber du musst dich so glücklich sein. Also, wie kennst du Kenny? Ich habe ihn in einem alten Restaurant gefunden gefunden, wenn du es glaubst. Halt runter? Du solltest dann seinen Beard gesehen haben. Perfekt. Jetzt brauchen wir den Topper. Wir hatten immer einen Engel drauf. Wo der jetzt wohl ist? Wo der jetzt wohl ist? Ah! So, dann holen wir mal die Spitze. Gott sei Dank, wissen wir, wo sie jetzt ist. Na, wir kommen einfach nur um zu stören. Kommen wir einfach mal auch her. Na? So, na denn. Jetzt können wir sie dann nehmen. Hurra! Blup! Das ist schön. Ich hätte mal mit der Sarah machen lassen. Du weißt, jetzt, dass deine Freunde hier sind, wenn du siehst. Hier, das Ort beginnt zu fühlen, wie ein echtes Haus. Matthew und Walter sind fantastische Leute. Honestlich ist es gefährlich, dass dieser Typ sein. Aber sie können es nicht helfen. Warte, bis du mit Matthew kennst. Er ist ein echtes Charakter. Die erste Mal, als er mich hat, hat er mich Rita. Wo ist Matthew? Wo ist er denn? Oh, er mag auf langen Gehen gehen. Er und Walter haben hier einen Spaziergang gearbeitet. Er sollte zurückgehen. Er sollte zurückgehen. Er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Er wurde eher ein bisschen in sich, irgendwie. Damals war er sehr verärgert. Nee, okay. Wenn ich ihn kennst, konnte er nicht fliehen. Ich glaube, ihr habt es den Engel auch irgendwie auswählen können. Ja, vielleicht, vielleicht. Vielleicht wäre sie die Treppe runtergestürzt, weil wehs. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die Milch ist vergossen worden. Bist du okay, Mann? Ja, ich bin nur... Ich wünschte, du hättest diesen Trigger. Ich versuchte, es über ihn vergessen. Ich versuchte, es über ihn zu vergessen. Auf hier, Clem! Ich versuchte, was ist das Problem mit deinem Freund hier? Ja. Wir müssen mit deinem neuen Gruppen zusammenschließen. Wir müssen mit deinem neuen Gruppen zusammenschließen. Was machst du davon, Clem? Ich vertraue ihn. Ich vertraue ihn. Mit deinem Leben? Ich denke so. Walter sagte mir, dass seine Familie sterb. Das ist schrecklich. Das ist fies, wenn ein Zwiebeln sich jetzt übereinander liegen. Wunderschöne und Kind. Er hat das Beste, was er konnte. Ich bin sicher, dass er das gemacht hat. Es war wirklich schwer für alle. Ich hoffe, du magst das Essen. Oh, es ist... Es ist großartig. Danke. So ein geiler Karlauer, alter. So, es sind Luke und Nick. Luke und Nick. Du kenne doch sicher wie ein Match. Was soll das sein? Ich sage nur, du kenne doch gute Freunde. Das ist alles. Also, was war dein Plan hier? Was war mit dem Winning? Ja, okay, me. Wir haben eigentlich gedacht, wir haben zu gehen. Wir sind da nach links. Du hast schon gehört, von einem Ort, die in Wellington? Ja. Was ist das? Ein Ort. Ja. Krista und ich sind da. Es ist da gewesen. Es ist ein großes Kampen, da nach Michigan. Michigan? Du hast ein Problem von Hörn? Ja, Michigan. Erinnern Sie sich. Wärme Wasser, viel Land, und kaltes Winter, damit die Walken werden langt. Das ist so. Bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. Let me just find by me. What's the deal with these guys, Clown? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Please, don't fight. Was soll jetzt dieses Schwanzwagen der Scheiß hier, Alter? Now look, we've all had a long time. Shit, we're a base. Please eat. Eht doch. Siehst du, muss der Lehrer erst wieder kommen. Ask me that can, Duck. Ohhhh. Duck? Who's Duck? Leave him alone, Luke. Hey, Clementine. Willst du, äh, eine Hand außerhalb, für einen Moment? Hm. Es ist nur am eskalieren, Benny. Wirklich. Du musst hier so dermaßen sitzen. Das ist ein Tanz durchs Minenfeld, ist das hier. Da so are. Genau. I'm here, Über outlets. Ich bin nguerde. 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 Vielen Dank.